Wir schreiben folgendes Szenario, du spielst vielleicht 5er Kette, er kann aber auch 4er Kette spielen, keine Sorge. Und du brauchst jemanden am zweiten Pfosten, der das Ding reinschädelt, dann habe ich hier den richtigen Mann für dich. Und zwar sprechen wir heute von Emil Holm. Emil Holm ist 22 Jahre alt, rechter Verteidiger, kann auch rechtes Mittelfeld spielen, 1,91 Meter groß und jetzt passt auf, der hat trotzdem 82 Beschleunigung und 88 Sprintgeschwindigkeit, also der Typ ist ein richtiger Cheatcode. Zudem bringt er auch 69 Dribbling mit, hat ultra gute Physis, 88 Ausdauer, 87 Stärke, 75 Aggressivität, also auf der rechten Seite ist der Typ ein absoluter Allrounder. Ich habe ihn auch in meiner Schalke-Karriere privat geholt und er ist nach Ecken auch brutal gefährlich, natürlich mit dem Kopf zur Stelle. Deswegen probiert ihn gerne mal aus, ein Außenverteidiger, riesengroß und zwar Emil Holm.